Landwirt live dabei. Wir berichten von den Top-Events. John Deere präsentiert ein breites Traktorenportfolio, vor allem speziell für den Forst. Die Traktorenportfolio beginnt bei 40 PS bis zu 400 PS. Spezieller Schwerpunkt liegt im John Deere Forst Traktorensortiment bei den Premium Traktoren aus dem Werk Mannheim mit einem Leistungsspektrum von 90 bis zu 250 PS Maximalleistung. Besonderes Kennzeichen der Serie 6RC, die die kompaktere Serie der John Deere Mannheim Traktoren darstellt und der größeren 6R, 4- und 6-Zylinder Traktoren, ist der branchenweit einzigartige Brückenstahlrahmen, der speziell im Forst bei schweren Arbeiten, bei Arbeit mit Frontladertraktoren, sämtliche Kräfte, die auf den Traktor wirken, abfedert und somit Getriebe und die Motoren schützend. Dadurch wird gewährleistet, dass die Forsttraktoren von John Deere eine bessere Langlebigkeit, mehr Stabilität und eine höhere Einsatzsicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten und sind dadurch speziell für den Forst sehr, sehr gut geeignet. Das ist das einzigartige Markenzeichen unserer John Deere Traktoren, mit denen wir den Forstwirten in Österreich ein speziell hochwertiges Produkt zur Verfügung stellen. Mit unseren Lagerhaus-Technikpartnern wie Kotschenreuter und Grüpern können wir dann auch noch diese Forsttraktoren speziell auf die individuellen Bedürfnisse der Forstwirte anpassen und gestalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.